An alle Studiehacker, Hacksters und Effizienzmonster da draußen. Wollt ihr den mega geilen Weihnachtshack haben, damit ihr danach richtig krasse Noten schreibt? Dann bleibt dran! So, was ist nun dieser mega krasse Hack, den ihr über die Weihnachtsferien machen könnt? Und das heißt, sich erholen, Pause machen, die Batterien wieder auffüllen. Ihr braucht wirklich zwei Wochen am Stück, um wieder voll studierfähig zu werden. Eine Woche braucht man, um runterzukommen und eine Woche dann wirklich die Batterien wieder aufzufüllen. Und das ist mega effizient. Warum? Weil ihr danach viel mehr schafft. Ich habe immer im Winter zwei Wochen frei und im Sommer zwei Wochen frei. Und dann danach bin ich wieder voller Energie, strotze vor neuen Ideen und kann dann viel mehr machen als vorher. Und das wünsche ich euch auch. Habt ein richtig geiles Weihnachtsfest. Und damit ihr auch was unter dem Weihnachtsbaum habt, verlosen wir wieder Bücher. Zehn Stück auf Facebook, zehn Stück auf YouTube. Die könnt ihr da kostenlos erhalten, wenn ihr kommentiert und unseren Beitrag oder unser Video liked. Und was schreibt ihr drunter? Mich würde mega interessieren, wie ihr euch über die Weihnachtsferien erholt. Was habt ihr geplant? Schreibt es einfach drunter. Und ja, dann wünsche ich euch ein mega geiles Weihnachtsfest, einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr. Und nächstes Jahr schaffen wir auch weiterhin die Uni gemeinsam. Bis dahin alles Gute. Tschüss. 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 Vielen Dank.